Hallo und willkommen zu diesem Capstone Video. Wir sollen in diesem Quader einerseits mit Hilfe von A und B eine Formel zur Berechnung der Diagonalen D aufstellen und andererseits mit Hilfe von C und D eine Formel zur Berechnung der Raumdiagonalen R aufstellen. Dazu werde ich uns jeweils den Quader in die richtige Position drehen, sodass wir das entsprechende Dreieck, in dem wir uns befinden, auch schön sehen können. Also wenn wir mit Hilfe von A und B eine Formel zur Berechnung von D aufstellen wollen, dann sehen wir also hier ein rechtwinkliges Dreieck und wir können natürlich den Satz von Pythagoras anwenden, indem wir A² plus B² gleich D² verwenden. Also ergibt sich nach Umformen die Formel für D mit Wurzel aus A² plus B². Genauso versuchen wir dies nun auch für die Raumdiagonale R. Wir suchen uns ein rechtwinkliges Dreieck, indem wir die Raumdiagonale R sehen. Und das wäre hier der Fall. Wir haben nun also den Satz von Pythagoras in der folgenden Form. Die beiden Katheten lauten C und D, also C² plus D² ist gleich R². R ergibt sich nun also wieder als Wurzlers C² plus D². Zu guter Letzt sollen wir nun zeigen, dass sich R ergibt als Wurzel aus A² plus B² plus C². Das erhalten wir aber aus diesen beiden Formeln quasi gratis. Da hier schon A² plus B² gleich D² steht, können wir das hier in unsere Formel für R einsetzen. Und wir erhalten also R ist gleich Wurzel aus A² plus B² plus C². Somit haben wir dieses Beispiel fertig gelöst.